Aber ich glaube, dass es vor allem mit dem Kreisverhältnissen zu tun hat, aber nach dem EU-Eindruck hat sich die Situation ohne Polen geändert. Und das hatte die größte Gewalt in der Schule. Es ist, das 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 ist. Und das war ein sehr tragischer Abschnitt in der Geschichte von Lodz. Sogar ein ganz cool, die Menschen, die gerade sich...